So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Link's Awakening und das letzte Mal haben wir die Flossen erhalten. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, welche Höhle ich hier reingelaufen bin. Bin ich denn da? Wollte ich da raus oder wollte ich da rein? Ach, das war hier der, der, der Quatsch. Gut, wir wollen hier weiter, genau. Ähm. Wir wollen den Geist zu seinem Haus bringen, richtig. Das machen wir auch gleich. Wir bringen gleich mal den Geist zu seinem Haus, dass der wieder weg ist. Das ist keine große Angelegenheit im Normalfall. Äh, wir müssen erst orientieren. Äh, nein, das ist die falsche Taste, das ist die richtige Taste. So, äh, genau. Das heißt, wir haben den Wasserdungeon im letzten Part abgeschlossen. Genau, es ist einfach schon ewig her, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am rumstottern. Ja, die Aufnahme ist schon ewig her. Das Haus bringt mich, ja, ja, ich, ich mach ja, ich bin ja, ich, 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 äh... Chill. So, hier gehen wir noch nicht hin. Da hinten ist der sechste Dungeon. Wir brauchen erstmal den fünften Dungeon. Aber der Geist ist da schon... Äh, ist denn der Rupinder? Äh? Ah, okay. Äh, ja, wir, wir gehen einfach ganz schnell mal dahin. Alles andere können wir später... Achso, ich kann ja rennen. Aua. Ach, das war der falsche. Ei, 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 ei. So. Ähm. Genau. Halt. Na, eigentlich wieder... So. Und jetzt, wo wir schwimmen können, können wir uns auch hier das Herzteil holen. Zack. Das ging ja vorher noch nicht. So. Äh. Genau. Wo war jetzt sein Haus? Da, uns geht's lang. Ja, doch, ich bin richtig. Ich bin richtig. Alles ist gut. Jetzt könnte ich hier auch... Äh. Machen wir jetzt aber gerade nicht. Wir gehen durch die Höhle. Ich will gerade nicht. Ich will erstmal das mit dem Haus erledigen. Und dann können wir uns um so Schwimmkram kümmern. Beziehungsweise die eine Muschel können wir aber trotzdem schon mal holen, eigentlich. Die eine Muschel können wir holen. Die hier auf dem... Das ist, glaube ich, da unten gewesen. Da ist auf der... Auf der einen Plattform... Ist so eine Muschel... Ach ja, guck mal. Oder ich hätte hier auch einfach außen rum gekonnt. Seht ihr? Da, da ist die eine Treppe. Da ist die andere Treppe. Da hätte ich jetzt einfach durchgekonnt. Habe ich halt gerade nicht gemacht. So. Da, das meine ich. Da ist eine Muschel. Genau. Die holen wir uns gleich mal. So. Irgendjemand hat geschrieben, ich soll zeigen, wie man ertrinkt. Äh. Zu spät. Ich kann leider schon schwimmen. Tut mir leid. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht mehr ertrinken. Oder kann man die irgendwie auswählen? Ne. Die habe ich jetzt einfach fest. Aber, wenn ihr sehen wollt, wie man ertrinkt, dann, äh, können wir auch einfach nochmal eine neue Save-File irgendwo starten und einfach ertrinken gehen. Ja, ja, ich bring dich ja schon zum Haus. Chill. Ja, genau, da drüben war das. Wissen wir nicht. Hui. Das war die Schaufel. Hui. So. Da ist das Haus. Hier, geh hinein. Mein Haus. Jawohl. Machen wir. So. So. Ach ja, wie früher. Nostalgie. ... ... ... ... ... Genug Friedhof, bring mich Mein Grab Ach ja Hier Möchte wohl nicht bleiben Also auf zum Friedhof Eieieieiei Damatische Geschichte Tschüss Wenn ihr einfach mitgeht ins Loch Alles klar Ihr folgt mir einfach überall hin Okay So, jetzt können wir auch hier durch Das geht schneller Guck mal was da ist Seht ihr das? Das ist der vierte Dungeon Da kommen wir Bestenfalls heute noch hin Ich will den nämlich eigentlich gleich weitermachen Ja, vom fünften zum vierten Dungeon ist es nicht so viel Ja, ich bring dich ja zu deinem Grab Lass mich doch mal ein bisschen Ein bisschen hier, äh Gut, tschüss Hier einfach mitgehen Oh mein Gott Äh, orientiert Wir müssen Friedhof da durch Ich hätte mich jetzt auch porten können By the way Aber jetzt sind wir schon hier Jetzt ist auch wurscht Jetzt ist auch wurscht So Oh, da haben wir was nicht gesprengt Guck Das hab ich ja gar nicht Das hab ich ja komplett Ich hab ja komplett übersehen Bin ja komplett lost So Hier, bitteschön Ja, jetzt Warte Jetzt mach mal kurz das So Was ist hier drin Ah, das hätten wir eh noch nicht machen können Sehr gut Naja, nach dem Pegasus-Stiefen etwas machen können Ja Ist okay Aua Doch So Was ich halt nicht verstehe Warum sich hier nochmal so ein Ding hinsetzen Weil Wenn man die einen Man kommt hier ja nur hin Wenn man die anderen kaputt macht Also eigentlich ist das total überflüssig Aber was soll's Er ist auch nur ein No-Bean Naja, ist jetzt nicht so spannend gewesen Sonst ist hier nix, ne? Sonst ist hier nix genau Seh ich jetzt So Aha Na, das ist schon besser Oh nice Der nächste Container Übrigens, die Erklärung Ich fand die Erklärung super Ja, jetzt Heul doch nicht rum Äh Wir hatten doch das Die Sache, dass ein Herz da oben weiß war Das ist jetzt nicht mehr weiß Seit ich geladen habe Ähm Da hat jemand geschrieben Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer es war Es tut mir leid Da hat hier Huch Da hat jemand geschrieben Ähm Dass In dem Moment, wo ich Ein Herzteil gesammelt habe Was zu einem Herzcontainer geführt hat Wurde ich gleichzeitig getroffen Und das hat dann so einen Bug ausgelöst Fand ich super Interessant Dass das mal wieder mir passiert ist Aber hey So Und ich soll öfter zum Angeln gehen Habe ich auch mittlerweile gelesen Werden wir machen Da gibt es auf sich Hier noch viel mehr zu holen Aber wir machen erstmal Story weiter Ich bin gerade nicht so offen Mit die Spielchen So Hier ist das Grab Danke Mein Schatz Für dich Nutze ihn Tschüss Eine Feenflasche Ich dachte es war relevant Für die Story Ah War es auch Juhu Endlich Da bist du wieder Um in das große Fischmaul zu gelangen Musst du an einer Stelle Der Zwerdenbucht tauchen Du kommst dem Windfisch immer näher Die Zeit des Erwachens Ist nicht mehr fern Juhu Äh Aber konnte ich jetzt Wait Ich bin verwirrt Hätte ich dann jetzt schon hingekonnt Was war hier eigentlich nochmal Ach ja Das hätten wir jetzt mit den Pegasusstiefeln Wirklich sicher machen können Aber Okay Ah ja Das war hier Wir wollen Zur Bucht Wusch Ah ja Was auch geschrieben wurde Ich gehe gerade so ein paar Gedanklich so ein paar Sachen durch Die mir geschrieben wurden Weil jetzt ist halt ein Part Wo ich Na wo es in der Weile her ist Dass ich aufgenommen habe Deswegen habe ich auch ein paar Kommentare Mittlerweile gelesen Bei den Erinnerungen Sieht man auf der Karte Auch wo sie waren Ja hier Zum Beispiel die Herzteile Und hier die Muscheln Dann weiß man in etwa Wo man schon geguckt hat Auch interessant Wusste ich auch noch nicht So Äh Genau Eigentlich könnten wir Wir könnten mal gucken Ob wir schon die nächste Belohnung Holen können Für die Muscheln Wir haben ja wieder einige Machen wir das mal schnell Bam bam Tschüss Tschüss Burn over Wui So Äh Ja gucken wir mal Ich glaube es nicht Weil es ist doch ein großer Schritt Bis zu dem Dreierding Ich glaube da fehlt noch einiges Ja gar nicht mal so viel Okay Da fehlt gar nicht mal so viel Sehr schön Also über die Hälfte haben wir schon Klopp 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 Die sind noch ein Keks So tschüss So dann gehen wir einmal Schwimmen Können wir auch hier machen Ops Und Achso Und es hat jetzt sozusagen Die Info Oh Ich bin hier geschwommen Als mir eine Welle Meine Perlenkette Vom Hals gerissen hat Wenn du sie findest Schenke ich dir eine Schuppe Von mir Aber mir fällt gerade was anderes Ja wir machen schnell mal was anderes Sorry Weil ich gerade mit der gequatscht habe Wir sind ja hier direkt bei Zoodorf Dann können wir auch die Tauschquest Einmal schnell weitermachen Und ihr wieder zuhört Mach ich nicht So wo war die mit dem Hibiskus Hier ne Genau Guck mal hier geht jetzt schon wieder Dieses Ding los Aber wir wissen nach wie vor nicht Wie ich die hier holen kann Hier muss irgendwo Irgendeine Muschel sein Aber ich hab keine Ahnung wo Das haben wir alle schon ausprobiert Oh wie entzückend von dir Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht Wenn du so ein Kavalier bist Könntest du mir einen Gefallen tun Äh ja Könntest du für mich einen Brief Zu Dr. White bringen Er lebt am Rande des Zauberwaldes Bitte Hibiskus gegen den Brief der Ziege getauscht So aber das sagt mir halt Ich hab halt Ich hab halt keine Ahnung Wie ich hier an diese verdammte Muschelbahn kommen soll Wo kommt die her Ja Wo denn Man Irgendwas fehlt mir noch Ich hab keine Ahnung was Irgendwas fehlt mir noch Ich weiß es nicht Gesprengt hab ich Ich hab alles probiert Ich hab alles probiert Ich hab keine Ahnung was noch fehlen könnte hier Ich mein ich kann versuchen So eine Bombe mal da irgendwo hinzuwerfen Aber das geht ja gar nicht Und da ist ja Es ist einfach nichts Ganz merkwürdig diese Geschichte hier Echt ganz 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 merkwürdig So Alle haben jetzt gerade die Die Tauschplast mal Komm dann machen wir sie gerade mal weiter Ich glaube sogar Wir können sie schon abschließen Oder? Lass mich mal Machen wir das jetzt mal In dem Part Ähm Dr. White ist da oben Ich glaube so komm ich da am schnellsten Ne Mammusteich komm ich nicht am schnellsten Da Ne Hä Da ist das Ding Genau Boris Hütte Naja hier hier war Dr. White Wobei dann komm ich ja doch so Ich bin schon komplett überlassen Achja das Lied Die Promptosch haben wir auch kennengelernt Das können wir auch mittlerweile spielen So jetzt gehen wir einmal hier durch So Hopps Tschüss So Da war doch noch White Hopps Okay Dann kriegst einmal einen Brief von mir Was ist das? Ein Brief für mich? Das ist ja toll Und sie doch mit einem Foto Ähm Ähm Moment Das ist Betrug Das ist Betrug Ich glaube du Ich würde Also das ist so Puh Also Boah sie ist ja so hübsch Warte ich muss dir irgendetwas für deine Mühe geben Moment Dieser Besen ist alles was ich habe Wäre das in Ordnung? Ach verflucht Wer braucht denn den Besen? Mist Ich kann doch noch nicht die Tauschquest betten Ich hab vergessen wer den Besen braucht Hä Äh Wer braucht denn verdammt nochmal jetzt den Besen? Aua Huch Was? Wo? Hilfe Da oben Hä Da oben oder was? Habe ich da nicht schon mal Habe ich doch schon mal alles abgebuddelt Oh das ist da unten Das ist da unten Hier? Oder wo? Hier vielleicht? Hä? Hier? Ach Ja da schauen wir an einer Guck Okay Cool Gut dass wir darüber geredet haben Äh Okay Was man nicht alles findet So Aua So Jetzt ist hier wieder der Teleporter Zack Duschen Aua So Klopp Ähm Aber wer braucht denn den Besen? Ne Hexe ne? Aber wo krieg ich Warte wo war Ich 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 erinnere mich Ich erinnere mich an etwas Aber wo war die? Die war beim Schloss ne? Aber komm ich da jetzt schon hin? Also Spawnt die jetzt schon? Oder muss ich dafür erst was schaffen? Kommt die erst nach nem Dungeon? Es gibt ne Hexe Ja ja ich erinnere mich Aber ich glaube da muss ich erst Äh Geschichtlich irgendwo hinkommen Bis ich die habe Aber die ist da nämlich Äh Glaube ich zumindest Oder ich erinnere mich gerade komplett falsch Das kann natürlich auch sein In dem Fall tut es mir leid Jetzt noch rennen wir halt einfach nicht Aber ich meine Es ist irgendwann dann hier hinten ne Hexe Geh mir nicht auf den Keks Hier irgendwo Ja hätte ich jetzt Hätte ich jetzt gedacht War wieder nix Verdammt wo ist denn Jaja ja doch Es gibt ne Hexe Aber es kann sein Dass das noch nicht Doch noch 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 nicht Noch nicht geht Ach Mist Das ist immer diese Geschichte Diese Sache Wenn man Wenn man nicht weiß Wenn man so ne halbe Erinnerung hat Und die sich einfach nicht vervollständigt Irgendwo war ne Hexe Ich laufe mal ganz kurz Die Steppe hier noch ab Aber ne da ist nix Aua Ne 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 Da finde ich jetzt keine Hexe Ähm Okay Ist egal Wir 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 gehen zum Wir gehen zum 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 Dann 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 Können wir doch noch nicht weitermachen Tut mir leid Dann können wir doch noch nicht weitermachen Wie komme ich jetzt am schnellsten Über Zoodorf Ja Über Zoodorf kommen wir da am schnellsten Ich weiß nicht wann die Wann die kommt Diese Hexe Aber ja ja Die ist dann der Besen Also die Hexe Die braucht dann den Besen Richtig So Äh Was haben wir hier hinten markiert eigentlich Nein das Ne Lass 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 Das ist das item was wir im nächsten dungeon bekommen Aber ich weiß gerade nicht mehr Habe ich irgendwo Wasser Ne habe ich Ich glaube ich habe Wasser gar nicht markiert Okay Ja hier ist keine Hexe Die ist irgendwo An Aber wo war denn die Ne aber die haben dann auch alle mit den Mit den Tauschen Ah ich weiß nicht mehr wo die Hexe ist Ist ja egal Ist egal Ich weiß es Sie kommt irgendwann Das weiß ich noch Aber Ja ja Achso Guck mal Ich kann hier Extra runter Aber hier ist ja nichts Warum kann ich hier runter Hier ist nichts ne Hier kann ich nichts machen Vielleicht später Keine Ahnung Ähm Ach ich muss da drüben Mach nur Quatsch Mach nur Quatsch Es tut mir leid Hier ist die Tappe Ach da muss ich jetzt außen rum So Ich bin nämlich einmal unter die Brücke Ich meine im Original konnte man unter die Brücke Jawohl Und da war irgendwas Ich hab keine Ahnung mehr Hallo Es hat keinen Wert Dieser Fisch ist mit dem Angelhaken auf und davon Seitdem halte ich die Schnur ins Wasser Aber keiner beißt mehr an Könnte es sein Dass ich ohne den Angelhaken nicht angeln kann Ach ja Das ist genau Das ist dann auch ein Teil von der Tauschquest Ne Da ist noch einiges zu tun von der Tauschquest Und wir müssen jetzt erstmal warten Bis diese komische Hexe auftaucht Jetzt hab ich wieder gespoilert Das tut mir leid Das lässt sich irgendwie einfach nicht vermeiden Wenn man immer wieder So und hier ist die Die Bucht Und er hat uns ja gesagt Da müssen wir tauchen Dann kommen wir da hin Ich geh nur kurz hier rum Ich seh nämlich ein Herzteil Hahaha Dieses hab ich gesehen So Ich find das so gut Dass man die hier sieht Und nicht einfach Ins Blinde stochert Wie es im Original dann der Fall war Ich find das so gut Dass die sichtbar sind So und hier ist nämlich Der kleine Unterwassergang Zum nächsten Dungeon Dann können wir aber den Anfang Vom nächsten Dungeon schon machen Weil da sind wir jetzt ja schon dort Dann schaffen wir den Dungeon in zwei Parts Das ist ganz gut Das ist nämlich glaube ich Ein etwas längerer Dungeon gewesen Wenn ich mich so richtig entzünde Na geh halt rein So Das Fischmaul Vor allem hatte das eine komische Ist das überhaupt der Dungeon? Ich denke ja Bin mir grad nicht mehr sicher Äh Komischen Zwischenboss Ach und diese Dinger Die man nur am Hintern treffen kann Aber die sind schon mal angenehmer Als im Original Das ist auch schon mal gut Da ist eine Schlüsseltür Mit der kann man noch nichts anfangen Hier könnten wir jetzt hin Und da kommen wir noch nicht rüber Okay Wer sich ein bisschen bei Zelda auskennt Kann sich denken Was man hier für ein Item bekommt In dem Dungeon Aber Ich sag mal noch nichts So Da gibt's einfach direkt den Kompass Okay Die sind deutlich angenehmer Die waren super nervig im Original Sehr schön Bin ich sehr dafür So Wir müssen hier weiter Was anderes bleibt uns noch gar nicht übrig So Hier gibt's ein True Skill Aua Ich denke Man sieht auch schon Wie mal ein True Skill rankommt Die Figur ist doch sehr offensichtlich Plong So damit kehren wir jetzt oben weiter Wir gehen aber hier erstmal weiter So Ja Das ist der Raum Mit dem ich zum Boss Ja ja Okay alles klar Haben wir genug Nein haben wir nicht Mist Ja ich hoffe wir kriegen genug Sagt wir das dazu Aber ja Das ist äh Jetzt muss ich mal kurz gucken Hat man irgendwie den Hinweis gesehen Wann ich hier wieder hin muss Ne Ja mit dem Raum können wir noch nichts anfangen Blöderweise Wir können jetzt also nur Ach da muss ich den Quatsch auch nochmal machen Aber was wir jetzt also nur machen können Ist den Schlüssel einsetzen In die Schlüsseltür Na dann werden wir das tun Also bisher sehr linear das Ding Mit keinem anderen Weg Aua So Bomben werden halt nicht schlecht Aber ich hoffe ich kriege welche Au Nein Ja klar dem tut es überhaupt nichts Ist schon recht So Das war das Das war das Gott Hat es hier aufgemacht Aua Ja gut Pfeile Nützt mir jetzt nix Glaube ich Ist das so ne Tür Nee Nee kann ich nix machen Kann ich nur hier weiter Ach ja Hopp Aua Hopp Aua Oh no Aber es geht Man kommt rüber Man kommt rüber Es ist nicht angenehm Aber man kommt rüber Oh no Hier geht es noch nicht weiter Oder wie viel Wie viel Nee das ist vier breit Da komme ich nicht rüber Aber jetzt muss ich den Quatsch Wieder zurückspringen Das eigentlich Eigentlich ich glaube Im Original kam man da auch Gar nicht durch Also hätte man jetzt auch Gar nicht durchgekonnt Oh ich könnte hier sogar Nee Machen wir jetzt nicht Hier geht es ja auch weiter Solange wir noch den Weg haben Aua Gehen wir diesen Weg Da sind meine Bomben Sehr gut Die sind wichtig Ausgründen Da taucht eine Tue auf Aber was soll es in der Tue drin sein Ein Schnabel Ja gut Ich habe noch nicht eine Statue gefunden Habe ich irgendwo einen Weg Ach hier geht es ja nach oben noch weiter Ah das habe ich vergessen Hier geht es ja nach oben noch weiter Okay War kurz irritiert Hat sich erledigt Bin nicht mehr irritiert Hier geht es ja nach oben noch weiter So Was hast du mir zu erzählen Ja Genau das werden wir tun Ah Das ist unten die 4 gewesen Hier ist die 1 Und unten war die 4 Jetzt erkenne ich das Die Plattformen sind farbig So Ja und jetzt fällt er um Und jetzt müssen wir ihn bomben Das war nicht das was ich wollte Ah zu langsam Äh Ich hänge Hallo Hallo Ah Aua So jetzt aber Kabumm Oh nochmal Kabumm Oh nochmal Also 3 Kabumm Ah du bist stärker als ich Noch Aber ich komme wieder Okay das war die Nummer 1 Unten haben wir schon gesehen Da waren 4 so Dinger Das heißt da muss man als 4. hin Okay Gut Aber dann schließen wir hier erstmal den Part ab Wir haben uns schon ein bisschen umgeguckt Hier in diesem Wunderschönen Dunge Wir werden uns dann das nächste Mal weiter damit beschäftigen Danke fürs Zuschauen Und tschüss Tschüss dich